Was soll das? Du rufst den Video an? Ich musste doch. Das brauchst du nicht, Schlampe. Du rufst den Video an? Dieses kleine Stück Scheiße? Das ist privatische Scheiße. Du klein Will. Dieses gottverdämte Menschen. Mit seinem Pornoshop oder was? Ich habe ein Verhältnis. Ich habe ein Verhältnis mit ihm. Da kann ich nichts für. Du kleine Schlampe. Ich habe keine Angst vor dir. Halt's mal! Denkst du, wer du bist? Du rufst den Video an!